Hallihallöchen und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Aufnahme von Alien Stark Descent, die sind Descentors, Descentinis, Spirelli, keine Ahnung. Auf jeden Fall, wir müssen jetzt die Otaku verteidigen, das letzte Gefecht der Otaku. Da gehen wir mal rein. Das sieht doch schon ganz vernünftig aus. So, Sergeant, Skies, Edge, unser Sanitäter, die Ex als unsere Richtschützin und der Nori als Techniker. Das passt doch. Er hat einen Flammenwerfer dabei, eine schrofflende Smartgun, Flammenwerfer, Minen. Hm, ich glaube, das passt so. So, genau, das lassen wir aktiviert. Ja, gut, okay. Nehme ich so hin. Warum auch immer, dass schon voll ist. Jedenfalls, wir nehmen drei Sentries mit und voller Ausrüstung, weil... Ja, gut, das habe ich... Ein großer Schwarm Xenomorphs nähert sich der Otaku. Die Situation ist brisant. Der Trupp allein hat sie mit einer einzigen Mission erfüllen muss. Bereite dich gut vor, deine Marines sollten mit voller Kapazität kämpfen können. Ja, genau. Oh, gut, das, genau. Habe ich mir schon so gedacht. Deswegen haben wir das alles voll gemacht. Nur, ich will trotzdem Ressourcen sparen und deswegen nehmen wir nur drei Sentries mit. Die, die wir halt auch da hatten. Muss reichen. Man erlebt hier immer wieder Neues. Jetzt ist die Klappe nicht hochgefahren. Okay. Wir haben ein paar Natur-Ponten im Terrain. Wir nutzen sie. Ich mag das, wie du denkst, Hayes. Nach allem, das nur was sie sehen können, ist die Feuer-Pauw. Wow, was haben wir hier? Wow, was haben wir hier? Say hello to the P-5000 Power Loader. Wir holen jemanden, und wir nehmen sie für einen Spinn. Pick auf einen von diesen Turret auf deinen Weg, Marines. Okay. Copy. Let's see, what's inside. Relax, Hayes, we got this. Marines, keep an eye on that loader. Hunslet, stay awake up there. We might need your air support at some point. You got it, Sarge. Gut, dass wir Nori da als Techniker dabei haben. Ich glaube, nämlich nur Techniker können das Ding bedienen. Also würde ich jetzt einfach behaupten. Sie kommen zu uns. Come on, Team. More Signals, incoming. Bring them down. Nah, nee, das APC's haben wir ja nicht viel zu befürchten. Dann nehmen wir das Datapack mit. Jetzt haben wir gerade noch Zeit dafür. Ja, ist geil, das sieht aus wie ein Datapack. Das ist richtig. So, einfach mal eine Mine mit platzieren, das kann dir schaden. Okay, gut. Wenn ich jetzt noch irgendwas rauslüngern sollte. Weil die Materialien immer auf jeden Fall mit. Was ist das? Das ist der erste Perimeter. Deploy die Package. Du lieb das, oder? Du sicher das Ding wird's top dem? Das ist ein PARS-150 Phase Plasma Cannon. Salvage von Rekt APC. Die Frage ist, ob Sie wollen das Regular oder Extra-Mutter-Speed? Das ist das. Okay. Oh. okay halt nein doch bau das geschütz auf nein ist das shit wieso war nur jetzt da unten hat das jemand geholt mein xenoprobe ist xenoprobe sehr gut lassen wir das geschütz mit das zeug erledigen immer mal noch eine mine verteilen das ist glaube ich ganz gut plantee mine watch your feet mine's activated hätte ich das gewusst dass hier so wie zu zwei krates sind hätte ich ein paar weniger mitgenommen ok Ja. Ah, Mistpücher. Ah, Mistpücher. Kommen noch welche? Irgendwann hier? Ja, jetzt kommen sie natürlich. Ha! Erwischt. Let's there be light. Suppress the fire. Pick up the pace, Marines. Get that turret operational. Ja, ja, ja. Sind wir schon dabei. Oh, hier kümmere dich mal um das Geschütz. Hmm. Tango, straight ahead! Hmm. You like that, huh? Changing net! More signals incoming! You're coming! It's a drone! Burn! Take a breath. Watch that stress squad. Safe position taken. Sentry activated. Tactical analysis and progress. Tactical analysis and progress. The second turn is online to fire. That's the beautiful sight. That's the Mars 50 for ya. Never leave home without it. Shit. Visibility's getting real bad up here. There's a storm coming. And it's a big one. The Otago's weather alarms are ringing. They're using the storm to cover their progression. What do you mean they're using the storm? Harper? That storm was sure mess with the turret scanners. And we can't rely on the Otago's sensors either. They were damaged during the crash. But there should be some long range motion trackers where you will first deploy. With them, we might have a chance. Good call, Hayes. What? With that pea soup coming? You can forget recon. But I'll see your flares alright. You point my chute. You have your orders, Marines. Go back to the ARC, grab those trackers and deploy them. We don't want our turret to turn blind. Okay, okay, okay. We have two of these M314 autonomous long range motion trackers. Yeah, and where are they going? Get that set up. They'll give us the warning we need. I'm marking the most efficient deployment locations. Outstanding. Let's get this done, Marines. I think we're spawning. Move on. We're missing dahinter. We're missing hinter the Linien of the Viechern. I can't see anything in this shit. Just get those trackers in place, then you can come back where you are. Gee, Sarge. You're just a big old softie. Let's see what's inside. Hurry up, you slugs! I think we're spotted. Bring them down. You like that, huh? Huh? Wir sind sowieso gejagt. Also und daher. Oder mehr oder weniger gejagt. Kontakt! More signals incoming! Watch out! Come on, team! Safe position taken. Let there be light! Right now! Planting mine. Watch your feet. Hopefully I have the time to get that. Mine is activated. Let's see what's inside. Tracker set. Can you link it to the turret haze? Give me a moment. We replace it with the tracker. Okay, it's done. Alright. Let's go to the turret operational. Okay, good. Wir haben hier alles mitnehmen können. Sauber. Erstmal zum Geschütz zurückziehen. Bisschen Deckung haben. Move on! Okay, jetzt komplett zurück zurück in Richtung APC. Steht denn das andere Geschütz? Ach, hier. Schade, dass wir den Power-Loyer nicht zurückbringen sollen. Ja, Noreen nimmt mal Pill. Affirmative. Mal sehen, was drin ist. Geh weiter. Sie haben gesehen. Mal sehen, was drin ist. Mal sehen, was drin ist. Mehr Signale kommen. Tango, direkt vor. Minden aktiviert. Lass uns gehen! Grenade! Tango, zurück! Was hat eine unserer Minden eingeführt? Okay, das hat gut funktioniert. Das ist eigentlich wirklich nur für den Moment. Der zweite Tracker online. Haze. Link zum Turret. Du bist gut zu gehen. Okay, Marines. Geh zurück zum Atago. Warte! Wir bekommen viele Signale von den Motionsrackern. Sie sind auf deine Position. Wo? Es gibt keine Bugs hier. Sie sind näher. Es kann nicht sein. Das ist in dem Perimeter. Tunnel. Caves. Ich glaube, sie sind untergrund. Sie müssen einen Weg finden, um das Terrain zu nutzen. Nur eine Sekunde. Lass mich den Topo-Scanter benutzen. Das ist es. Es gibt zwei Kaves auf meiner Seite. Hunslet. Du musst sie bomben, um diese Tunnel zu entlocken. Was? Sarge, ist dein Trip vorbei? Ich brauche eine Ordnungskonfirmation. Geh, was sie sagt. Ja, da komm, 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 komm. Wohin? Ich habe die M314A- Sensibilität reduziert, um die Untergrundkreaturen zu ignorieren. Du solltest das gleiche mit den Motionsrackern, die deine Männer tragen. Aber ich werde mich überraschend. Done. Danke für die Hände. Marines. Zeit, um dich in und deine Geld zu verdienen. Hunslet. Bereit, um die Hölle zu lösen, wenn du die Flare sehen möchtest. Röger das. Sentry packed. Okay, gut. Röger, Squad. Röger. Xenoprobe trotzdem mitnehmen. Alles Ressourcen, die wir brauchen. Ja, ich weiß noch, du magst das nicht. Hier ist deine Sample. Xeno in die Pro. Erstmal zurück zum Geschütz. So ein bisschen safe sind. Okay, weiter. Dann zurück zum APC. Da hinten. Ja, sauber. Ja, da hinten ist. Hier ist dein Sample. So. Okay, gut. Alles klar, gut. Das Set war verschlossen. Äh, hinter der Mine entlang, okay. 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 Deploying sentry gun. Sentry almost ready. Das sollte eine zusätzlich gute Verteidigungslinie sein. Damit die uns nicht einfach so schnell in den Rücken fallen können. Lade Streifen haben wir noch genug, aber hey. Ah, wir müssen so rumlaufen, okay. Nehmt mal Pillen, Leute. Ähm. Aufheben. Okay. Okay, bring deinen Trupp zur Fahrzeugkehr zur Otago zurück. Achso, okay. Ja gut, dann nehmen wir alles wieder mit. Das sollte es ja dann gewesen sein. War einfacher als ich dachte. Oh, da kommt jetzt noch irgendwas und ich hätte die Sentries stehen lassen müssen. Wir werden es gleich erleben. Ne, das wars schon. Gut, dass wir die Sentries mitgenommen haben. X steigt sogar zwei Stufen auf, ja wow. Wir bringen ein bisschen was mit zurück. Sehr gut. Es war jetzt einfacher als ich dachte. Oh wow, okay. Gut. Nori ist verletzt und müde. Axe ist verletzt und müde. Und Sky und Eve sind nur verletzt. Wir können aber alle befördern. Plünderer. 20%. So. Stimmt, Eve hat ja auch irgendwann mal ein Bein verloren. Und so Sky kriegt. Schnell. Der gesamte Druck bewegt sich schneller. Oder flinke Hände. Schnell. So. Nori. Nori kann Plünderer 3 kriegen. Oder einfallsreich. Nach jeder Ruhepause werden die Ladestreifen des Trupps gratis aufgefüllt. Ja. Nori ist einfallsreich, das stimmt. Und Axe erhöht die Reserve der Befehlspunkte um 1 für jeweils 2 Marines, die im Trupp dieses Attribut haben. Er kriegt sie auch noch Plünderer mit. Also stimmt, sie können ja zweimal aufsteigen. Der gesamte Trupp bewegt sich schneller oder anhaltend. Anhaltend. So, gucken wir mal ins Inventar. Ah, wir haben einen Kleptomanen dabei. Kacke. 20 Ressourcen sind doch recht viel. 4 mal Werkzeuge, 2 mal Sonnekästen, 4... Ist ein bisschen was. Ist gut. 2,6% unentdeckt. 42 Sprinter und 110 Drohnen. Was? Alter. Die Sprecher Die Situation ist überwältigend, wenn es rauskommt. Und schuldigend wie hell. Das macht mich eine Verpflichtung im Feld. Also, was machen wir? Von hier aus? Ich stehe auf die Ausbildung von der ARC. Es ist besser, dass ich nicht in der Weg kommen. Vielleicht sollte man mit Bookard, Kabiri oder Becker sprechen. Doc Buzzkill? Ja, ich glaube nicht. Vielleicht ist Bookard, wenn es schlimmer wird. Faros Spire zu US-Satago. US-Satago, Sie bekommen das? Das ist Direktor Price. Ich glaube nicht. Sie sind noch immer wieder. Das ist das, was wir brauchen. Mehr Stuhl und Ties. Direktor Price? Das ist Deputy Administrator Mike O. Hayes von Pioneer Station. Oh. Mein Rapport sagt, dass alle Hände verloren wurden während der... Unpleasenz. Unpleasenz? Pionier wurde überrascht... Ich glaube nicht, dass wir uns getrennt haben. Sgt. Harper, US-Satago. Wahrscheinlich. Wir hatten ein paar Probleme hier selbst, Administrator. Mit diesen Kreaturen entlang, mussten wir die Faros Spire auf den Lockdown. Aber meine Kommandos haben endlich geschafft, um den Satcom Relay von der Jackson. Das ist ein schlechtes Moment für alle. Aber ich bin froh, dass die Weyland-Yutani Quarantäne funktionieren. Wir arbeiten. Ich verabschiede sie, Direktor. Ich habe keine andere Auswahl. Wir versuchen, den Ausbruch zu verhindern. Und jetzt haben Sie eine US-CM-Vessel und ihre Crew. Sie verabschieden sich viel mehr resourcbar, als Ihre Psych-Profile sagt. Sie verabschieden. Sie haben die richtige Sache gemacht, Meiko. Sie verabschieden sich, dass unsere Superioren nicht mit Ihren, äh, ihre Arbeit-Ethik verabschieden. Was bedeutet? Drei Stunden und 55 Minuten vorhin, der Serberis-Protokoll begann ein Kountdown zu der Phase 2. Phase 2? Nuklear-Sterilisation. Nuklear-Sterilisation? Wie in den Planeten? Diesen Planeten, wir alle verabschieden. Ich bin froh, dass Weyland-Yutani keine Zeit für Fehler, Sergeant. Diesen Phase 2 kam als eine Überraschung, sogar für mich. Ich werde einen anderen Job finden. Ich werde das, Sergeant. Aber wir sind noch nicht aus der Optionen. Die Satelliten der Sterilisationen kommen online. Es gibt noch Zeit, um die System durch die Pionier Station zu verabschieden. In Wahrheit, ich habe bereits ein Team da, aber ich habe mit ihnen verabschieden. Ich verstehe. Aber mit der Hilfe von Ihren Mann, Sergeant, Meiko's knowledge des Stationen und mein Level von Clearanz, wir haben eine Chance. Ich versuche, dass du mir glaubst. Dann glaube ich, wir besser ein Team da ab, Direktor. Gut. Gut. Wenn du eine weitere Unterstützung brauchst, ich werde mich nicht beobachten. Gut.